Du Dreck-Sau! Da hat jemand geschrieben, du Dreck-Sau. Da kennt mich wohl jemand. Hey Leute, hier ist der Andi und ich bin hier, um euch etwas Schönes zu präsentieren. Gleich vorneweg, ich habe nicht auf absolute Authentizität der gleichen Stimmlage ganz hunderttausendprozentig geachtet oder Lippensynchronität zu hunderttausendprozentig. Ich habe das ziemlich schnell durchgezogen, einfach aus Fun. Aber ich präsentiere euch die besten Szenen von Nerfys englischer Blind Reaction zu The Times Are a Changeling auf deutsch synchronisiert von mir. Hey Leute, hier ist Nerf Stranger X und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Reaction, Leute. Es wird um Changelings gehen. Holy Shit, ich bin so aufgeregt gerade. Ich kann euch gar nicht sagen, wie gehypt ich bin. Fucking hell. Crystal Empire. What the fuck? Oh, das Rarity-Plushie. Oh, es wird immer besser und besser und ich kann nicht mehr. Was? 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 Du hast dich schon gemacht. Ja, aber was geht? Warum ist jeder Pony hiding? Oh, es sieht sicherlich wie Prinzessin Twilight und ihr Pupil. Aber wie kann wir sicher sein? Oh, wir können nicht. Du hast schon begonnen. Du hast schon begonnen. Wir können es erklären, Twily. Und wenn es wirklich ist, du. Was? Sunshine, Sunshine, Ladybugs awake. Nice. Oh, das haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. So lange her. Oh, es wärmt mein Herz. Oh. Oh mein Gott. Komm schon, Spike. Komm bitte. Sei doch nicht so vorlaut, bitte. Sein Bauch sieht manchmal so komisch aus, wenn er sich so anders bewegt und so. Wisst ihr? Oh, er hat den Stock gefunden. Stimmt, oder? Oh, das ist so cool. Und jetzt kommt ein Changeling, um ihn zu retten. Oh, das ist so cool. Trifft er jetzt tatsächlich einen Changeling? Wow, diese Changelings sind gut. Ist das Kevin? Supercool. Oh, ich hatte recht mit der Rettung von Spike. Was? Also das war, das war doch nur geraten. Oh mein Gott, das ist so süß. Oh mein Gott. Wow, das ist so cool. Diese Einblicke, ich liebe es. Du E-Z-LS. Das ist so gut. Oh. 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 Oh, das ist so cool. Oh Gott, das ist wie eine Fanfiction als Episode. Komm, ich komme klar. Sie können reden! Das fickt meinen Verstand! Thorax. Oh mein Gott. Oh, das ist so süß. Oh mein Gott, das ist so nice. Da fehlt Twilight. Komm schon. Oder Starlight. Oh shit. Peinlich. Oh Gott, das ist so gut. Beste Episode bisher. Ich hoffe wirklich, dass das am Ende gut ausgeht für Thorax. Thorax, war das sein Name? Ich meine nur, es mag okay sein für ihn Freunde zu haben in Ponyverkleidung, aber das ist nicht er selbst. Oh fuck. Oh shit. Komm schon. Steh für ihn ein, oder? Ich werde dich für immer hassen, Spike. Oh shit. Nein, das hat er nicht gerade getan, oder? Nein, Spike. Das war so ein großer Fehler. Es ist interessant zu wissen, dass Changelings sich auch in Dinge verwandeln können. Nicht, nicht nur Lebewesen. Die Musik. Ich liebe es. Oh, er wird singen? Was? Okay. Wow, das ist eigentlich ein echt guter Spike-Song. Da hat man aber gerade echt gehört, dass es eine Sprecherin ist. Boah, der arme Sprecher, die Aufnahmen müssen die Hölle gewesen sein. Für die Sprecherin, meine ich. Die ganze Zeit mächtig auf jungen Stimme zu machen, während, während sie so hoch sinkt. Nicht schon wieder heulen. Bitte. So süß. Ja, bitte. Oh. Oh. Man sieht sich, Leute. Nächste Woche. Bin so gespannt. Bye. Bro. Jetzt. Oh. So gut. Ich habe mich bei dieser Synchronisation mehr gefühlt, als würde ich einen Pornos synchronisieren, als eine Reaction. Ja. Tschüss.